ja danke ich habe alles Dinger ist er wieder will wieder an der Führerschein das M14 hier kaufen hier gibt es den Teil also wenn also Leo kauft ihr und Leo du bist der blaue oder und ich höre irgendwo scheiß Zombies hier okay, ja dann Leo nimm mal die Turbine und kauf's dir äh, ja, okay ich kann die Turbine hinschauen, du willst ist egal okay, nimm's mal zack okay, draußen ist der Pflug, nimm mal wer den Pflug da draußen, der ist da draußen ja, man, dieses geile scheiß blaue Zeug komm, nimm mal einer den Pflug okay schon mal raus hier ich bleib jetzt mal ein bisschen hier bleibst du hier? ja, ich bleib jetzt mal ein bisschen hier, ich komm nochmal nach ich hab gerade überhaupt kein Money, ja ich hab Geld aber es ist keine Zeit, ich kann mich spielen das ist ein Problem okay, ähm Leo, fahren wir einfach rein, oder? ja, wir mir egal ja, komm, wir fahren rein okay sag ich, ich renne einfach dumm rum, so ein bisschen im Kreis ja, ich seh' dich kann man sich einen von Bus überfahren lassen? die Zombies können, wir nicht krampft, ihr Wecker? ich traf dich nicht achte, hier draußen hängen schon wieder tausende dran ja, stimmt Max, falls du ein paar Kills machen willst? na, nee, Gott nicht Herr Brötchen, zu tun selber das, äh, Double Point, also wow, 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 hier hinten, man ich hab euch noch schön Double Point geholt hier mal ja, dankeschön, dankeschön, aber wir müssen hier dann erstmal ein paar Dingens rammt, meine Damen und Herren, der rammt zum Papa, oh, kriegt ihr mich nicht, oh oh, nackten ja, Mann muss sagen, ich find das Depot extrem geil, weil man, äh, einfach so schön rumlaufen kann jetzt, ich mein, die Sache, man hat ja diesen geilen Kreis, wo man immer im Kreis laufen kann nein, hier war ja gar nichts, gründlich, ja, hier sind immer noch mein Gott, hier sind immer noch welche nicht ganz geheilt, dingens hier komm mal noch zu komm her, komm her so, oh Alter, ich find das echt komisch, dass manchmal echt so viel, äh, Zombies in, im, am Bus dran kleben und manchmal, so wie jetzt, kaum, also, oder gar nicht so, hier sind gerade keine Zombies mehr, dann kommen wir mal zu euch und du lebst noch ja ja, ich leb noch oh, fuck, weh, weh, okay ah, fick dich, ich bin mir schick, also ich bin wegen dem scheiß Lava gestorben, deswegen könnt ihr mich gerne reinkommen, hatte kurz komm ich, Rob, einfach mal Richtung euch oh yeah, die SMR die ist nicht so der Wahnsinn, aber es Du bist auch als gar nichts die der vieler ganze Zeit mal maner Malzie am 1911 behalten Fall, obwohl so weit bereitet ich habe Lärmärmchen bisher im Tunnel drinnen am Anfang Steffodil so passt schon in der Bibliothek weil wir das nicht schaffen in den Verlust vor Ort geht zurück in auch kurz vorhanden Katzen an die Warte noch geht jetzt geht es ja scheißen die Katz von der Jungen also das wird das über die zwei überlebt die ich da habe es ist aber es ist gefangen sie alle füßen man es nicht wenn ich die da war und hat aber auch mehr das er kann ich nicht mehr von hinten dran und so sehr super genau so wenn ihr mal akzeptor zum bus um das nicht ausgedrückt und verpackt war mag man eine d-o-w-d-mehr um um all das wieder fünf Minuten Mann hat wir gescheitert in der 2 also ich will wirklich nicht will er wieder die Tülle die aufgemacht werden jetzt sind sie ich weiß nicht so viel Geld verdammt er sei er nicht sein okay ich bin nicht böse ich sag mal ich will sagen was wir machen dass wir um ihr ersparen verletzt hat Lego oder einer von uns ich kann sie auch auf wenn ihr wollt weil das quick revive kaufen kann Ego wie man sieht es ist jemand der als letztes noch steht um das quick revive kaufen kann dann gehen wir zu trennen holen uns dann die Fragezeichen box bis zumindest jeder irgendeine Waffe hat die gut ist um dann Puster zu kriegen und fahren weiter nach Town weil da können wir uns Juggernaut kaufen und Juggernaut bringt weil dann können wir uns... ja schon, aber das kostet 6.000 nein das kostet 6.000, das kostet 2.500 okay aber trotzdem immerhin was ja aber jünger ähm halt den Lektar zu müssen ich bin die Frau oder? du bist immer eine Frau Paul und sie muss im echten Leben habe ich zu also dann kaufte ich jetzt noch keine... ...hat immer noch mitanschreitern hat auch gesagt, dass wir jetzt ja genug als erstes kaufen müssen okay wenn jemand ... ...stütteln, sagt er denn, sonst sagt er mir das nicht weil ihr nicht gut seid, um mit ihm zu reden dann werden wir mit dir und wir uns nicht, hä ja genau, aber wir können das so so also wie gesagt, dann kaufe ich mir jetzt keine Waffe, sondern warte bis die 1.500 habe, oder wie? ja so wie das denn mal auch ja okay, aber da habe ich mir auch die Idee, die Empfehlung gekauft was auch eine gute Strategie ist, was es wirklich bringt jetzt weil wir das Ding vorne im Bus dran haben können wir einfach immer ähm praktisch im Kreis rumfahren, also können die Zolle sozusagen immer ablenken und die Zolle mit einfach in einer großen Gruppe horden bis wir dann irgendwann, bis der Bus irgendwann losfährt und dann können wir die Zolle mit dem Bus kämpfen da gibt es ja keine Punkte für aber die Zolle sind ja alle los die Respawn, wie gesagt es haben, ja ach ne, aber erst in der nächsten Runde so ich bin noch 200 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 so ich bin die Tod ich bin nicht an, Junge ich habe Videos gesehen, ich habe das Pläste von gesehen, wie wir es so gemacht haben so haben so ich rede es gar nicht, ich rede irgendwie mit jemand, der euch nicht antwortet du redest, du schreibst ich rede, er schreit er schreit ka-boom ja, ich habe doch noch mal, weil wir die ersten verbunden sind also ja, äh, äh, hat die tubinischen Fertig ja, ich kann, ich stelle die Hände, okay quick revive so alter, das sieht zu essen aus des Zeugs schmeckt nach Fisch dein Mutter schmeckt nach Fisch ja, klar das geile ist ja, äh, äh, ich habe mich gelesen, dass er sagen, dass alle Charaktere waren, dass er das quick revive, nach Fisch denkt, äh, äh, fisch riecht, äh, schmeckt mein ich so dass alle sagen, wie eklig es ist, außerdem wie Apare, der sagt, wie ne, kräftem Anwalt, äh, ich habe keinen Moni mehr für die okay wir haben Insecure ja, da hinten kommen lauter Zombies rein, weil ich keinen Moni mehr habe, weil ich kaufe mir jetzt doch die Empfehlen was alter, woher kommt ihr in alle, Mann, wo, was macht ihr denn die die Fenster, die, die besteht nein, da, da war ich gerade und hat Zombies getötet, dann kam die von hinten Max Amon okay er hat mir das am Fenster nicht richtig bewacht ich, weil ich meine Ambulär war ja ja, habe ich euch gesagt hat er aber echt gesagt ja, aber da war ich gerade schon an Zombies killen, da war es so blöd das ist erstmal alle hier schön ich mache euch hier auch mal wieder ja, mach ja, mach hatte hatte, nichts schade, alter, wie das sich jetzt hier hier schon offen weil es so, was ich hier habe und so ja, falls du die Fortschritte aufgemacht hast, oder was? nein du warst ja schon von der Träne offen so, ich käme jetzt hier noch draußen ein bisschen weiter ich habe was aufgenommen was denn? keine Ahnung, die Steine, oder so also, ich dachte, du hast was aufgenommen, also also hast du was aufgehoben also, ich lade was ja, ich lade was ja, ich lade was ja, ich lade was aufgehoben ja, das gibt so Teile, die man fallen lassen kann für die laden hier so, ähm und die sind ja auf der Wand und die waren Steine, oder wie? das ist ein Stein, oder so, ja Leo genau, okay, mal hier ein paar mit mir gehen wir mal den Bus für den Säcke ich weiß äh ja, dann, kann mir jemand sagen, was ich mich da machen kann? nein, kann ich nicht keine Ahnung es echten Stein, oder sieht nur aus wie in Stein es sieht nur aus wie in Stein man weiß es noch, wenn ja was? ja, solange er nicht huft ja, solange er nicht huft okay, es gehört zum Easter Egg ich glaub, es ist dieses Tower of Babel Easter Egg oder wie auch immer der Kack auf Deutsch heißt so das größte Easter Egg, was man kriegen kann aber das bringt ja nichts unter dir komm, Leo was? das bringt jetzt nix, nein komm, Leo ja, ja kannst du ihm mal sagen, oder wenn er uns hört kannst du mal gucken, was das der Stein bringt der bringt gar nix, also wenn wir die Easter Egg des Baus, dann müssen wir aber irgendwie bis rund 30 kommen weil das ewig braucht, ungefähr zu machen so, hier soll er losfahren also, Ried ist ja, Ried kannst du es ihm jetzt sagen? komm, jetzt messer ihn mal so, los geht's Alter du hast die wie große Titten, Leo oh, es ist mir aufgefallen ich weiß ich meine ja nur komm schon, stepp du scheiße mit ok, wo kommt denn da jemand komm mal von hinten hier der Stein bringt euch gar nix, also könnt ihr den wegwerfen genau Sackfarm zumindest, also ich habe das nicht gar nicht aber, also Leo verstehst du ja mal in der Ding rum was ich habe ich habe zugemacht, ich zugebaut ja, ich habe ja, wie schon steigen weg nein, du kannst etwas nicht mal, wenn du einen Teil findest, nimmst ihn einfach und die Weltzombies ist immer aufgefallen ja ja also ich habe gehört, dass das auch Kalypse und Säure da mit drin hier wir hier hier also wir sind da kündig das hier ein alter Mönchengladder komm ich mal abkommt hatte Leo steh mich im Weg der Lassen ich habe Schockgranaten bekommen und nicht so geil aber alter Leo laufen nicht da um wenn ich die Zoll mit Ablänke okay Träume haben wir zu sehen ich reinrenzen mich blocken sterblich und dann sowas an dass sie in die Zeit für die Fall aber ist ganz gut also wollte jetzt haben wir ablängeln die auch nur holen kann da können wir wieder verpässt mit dem bus ich bin nur meine Woche ein ich will jetzt freut mich für euch aber die Welt über Zombies deswegen alle Zombies die Wäsche der Zweckern ab 9 Uhr Junge ich bin immer noch drinnen wir sind mit Granate rein das ob die Schaden würde schade nicht nicht die ihr ja ist klar ach 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 so ich werde auf mich auch mal wenn sie sich so scheiße hatte ok komm immer warte auf mich ja immer ein Executor oder Execution wie er heißt ok komm gehen wir wieder rein reingehen fahren wir gleich bis zu Tauern weiter erstmal reparieren hier schön das mach ich gerade schon ich sag nur ich sag nur es war nicht böse gemeint vorne dran vorne dran was ist vorne dran? Zombie mir auch ok aber da wo man gehen oder ja doch hier sind schon für diese Leute er soll er bis abgabend sind rum hier alles weil ich hier mal bei mir auch ich hab grad verprägt und plötzlich habe ich dich wiedergelebt ich würde er drückt hat muss das schau mir genau ich die zermis und rösser zu fangen mal an weil es zu operieren aber es nicht so viel richten alter wir haben das Gefühl dass es hier so gar nichts bringt und hier so im Bus weiterfahren würde nur sterben wollen vielleicht mal laufen Lappel auch wenn es aber auch nicht doch Lappel auch für sich viel sicherer im Kiel über diese kleinen Prozent dann ist ein Jahr und die tun die praktisch nicht weiss in die immer wieder wenn wir hier im Bus mit über zum Beispiel so rum gefangen wird die alte Halle am Arsch K.W. jetzt soll er fahren Schönecke weiter dort ist ja K.W. als er ist ein Anstieg geht man da an dem wie kann man aber die Vorbereitung ich bin immer außen roten Lange mit großen Sprüngen sagt ich bin doch doch kann ich sterbe ich renne weiter kennen los wird zurück aber ich hasse es waren sie war einfach irgendwann überhaupt nichts mehr Mann das ist echt krass ich bin bei irgendeinem komischen Lampen Lampe äh Gott was ist das denn hier wie geht es Paul eigentlich weiß ich nicht ich musste ich hab die gesamten Zombies da Blatt gemacht oh danke ha ha nice Danke.